Servus, ich bin der Julian. Ich bin die Nicole Schawinski. Mein Name ist Josef Schlenker. Servus, ich bin die Fiona. Mein Name ist André Herrmann. Hi, mein Name ist Jill Daum. Hier vor Ort stehen die Fahrzeuge, welche im Ernstfall von hier aus ausrücken würden. Wenn alle ATWs von München weg sind, dann würden wir ins Spiel kommen und würden die Münchner unterstützen. Unsere Aufgabe ist es, da die Brandsicherheitsheule zu stellen. Wir haben zum Beispiel ein spezielles Kleinloschgerät dabei. Wenn da Kleinbrände sind, gehen wir da beispielsweise vor. Meine Aufgabe heute war es, als medizinische Verantwortliche auf dem Kragenkopf zu sein. Die Drei Schleuder Untertitelung des ZDF für funk, 2017 in Bringed Es hier. Die Drei Schleuder Vielen Dank.